Es ist normal, verschieden zu sein. Es ist egal, bist du groß oder klein. In jedem Fall spring bitte ins Leben hinein. Es ist ganz normal, verschieden zu sein. 7.000 Kilometer hat Adi auf dem Tachometer. Und jedes Jahr einmal, da geht er, auf dem Glockner obersteht er. Mit dem Handball fährt er mutter, mit 70 Sachen wieder runter. So hält Adi sich in vorn, fährt Monoski am Kittsteinhorn. Es ist normal, verschieden zu sein. Es ist egal, bist du groß oder klein. In jedem Fall spring bitte ins Leben hinein. Es ist ganz normal, verschieden zu sein. Mittlerweile jedes Kind kennt Marianne Wirbelwild. Die trotz aller Gicht erkannt sind, nicht vorhanden, auf was Rampen. Einfach nicht zu bremsen ist und damit ihr's alle wisst. Behindert ist, sagt Marianne, nur der, wer nicht lieben kann. Es ist normal, verschieden zu sein. Es ist egal, bist du groß oder klein. In jedem Fall spring bitte ins Leben hinein. Es ist ganz normal, verschieden zu sein. Der eine hat zwei linke Hände, der andere rütet ohne Ende. Über Mathe und Chemie, der dritte hat Legastinie. Jeder hat im Marschgepäck, irgend so ein Handicap. Ganz egal, was dir auch fehlt. Es ist nur damit, der zählt. Es ist normal, verschieden zu sein. Es ist egal, bist du groß oder klein. In jedem Fall spring bitte ins Leben hinein. Es ist ganz normal, verschieden zu sein. Wir waren mit den Rosen unterwegs. Und haben wir genauer hinbekommen, welche Varianten es gibt im Alltag, aber auch mit unseren Köpfen. Das wollen wir ändern, das können wir ändern. Menschen mit Vereinträchtigungen sollen überall hinkommen und überall dabei sein können, wenn sie möchten. Ja!